Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute stellen wir euch 6 Dinge vor, welche ihr auf Maximalstufe direkt erledigen könnt. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst uns doch gerne direkt ein Abo sowie einen Daumen nach oben da. Viel Spaß! Frisch auf Level 80 solltet ihr direkt euren Ruf bei den jeweiligen Fraktionen auf Wrath of the Lich King steigern. Anpeilen solltet ihr hier vor allem die Fraktion, bei welcher ihr auf der Rufstufe respektvoll eure Kopfverzauberungen bekommt. Das wäre für Heiler der Würmruh-Pakt, für Caster die Kirin-Thor, für Tanks der Agent um Kreuzzug, sowie für Nahkämpfer und Jäger die Ritter der Schwarzen Klinge. Es gibt außerdem schon gute blaue Beginnergegenstände ab der Rufstufe Wohlwollend. Wie erhöht ihr nun aber am besten euren Ruf? Abfreundlich habt ihr die Möglichkeit, den jeweiligen Wappenrock der Fraktion zu kaufen. Wenn ihr diesen ausgerüstet habt, wird jeglicher Rufzuwachs in Dungeons der Stufe 80 für die Fraktion des Wappenrocks erhöht. Wir verlinken euch Rufguides für alle Fraktionen in der Beschreibung. Vergesst übrigens nicht, direkt eure dritte erhebliche Glühwe auszurüsten. Diese könnt ihr nämlich erst mit der Maximalstufe 80 verwenden. Kommen wir direkt zum zweiten Punkt. Besucht diverse heroische Instanzen. Geht vor allem in diejenigen, in welche ihr für eure Ausrichtung gute Items bekommt. Ihr benötigt in Wrath of the Lich King keine Vorquest mehr. Beachtet natürlich, dass ihr jede HC nur einmal pro Tag spielen könnt. Dank dem jeweiligen Wappenrock bekommt ihr aber zumindest jede Menge Ruf. Es droppen außerdem bei jedem Boss Embleme, welche ihr gegen epische Ausrüstung in Dalaran tauschen könnt. Außerdem gibt es zwei Daily Dungeon Quests. Bei der einen müsst ihr eine Aufgabe wie diverse Monster in einem normalen Dungeon töten und bekommt dafür Embleme, sowie ein Belobigungsabzeichen einer Fraktion, welches ihr euch aussuchen könnt. Bei der täglichen heroischen Quest müsst ihr in einen zufälligen heroischen Dungeon und dort ebenfalls eine Aufgabe erfüllen. Hier gibt es als Belohnung die Item-Level-technisch besseren Embleme. Beide Quests nehmt ihr in Dalaran bei der Violetten Festung an. Ab der zweiten Phase von Wrath of the Lich King, also mit Erscheinen von Uldur, kommen zudem die HC-Plus-Dungeon ins Spiel. Diese sind schwieriger, droppen dafür epische Items aus der letzten Phase des jeweiligen 10er-Raid-Dungeons. Heißt, dass ihr zum Beispiel in Heroisch-Plus-Dungeons die epischen Gegenstände aus Naxxramas 10 bekommen könnt. Schaut, dass ihr bei der Fraktion die Söhne von Hudia auf den ehrfürchtigen Ruf kommt. Dadurch bekommt ihr eure Schulterverzauberung. In Wrath of the Lich King habt ihr sonst keine andere Möglichkeit, an Schulterverzauberungen zu kommen. Außer ihr seid ein Schriftenkundler. Ab wohlwollend gibt es hier die geringe Version und auf ehrfürchtig die große Verzauberung. Ihr startet die Quest-Reihe im Sturmgipfel im K3-Lager bei dem Goblin Gretchen-Zischelfunk. Die Quest könnt ihr mit Stufe 77 annehmen, was wir euch auch auf jeden Fall empfehlen würden. Jetzt steht euch eine sehr lange Quest-Reihe bevor, bei der ihr nach und nach Ruf aufbaut. Am Ende solltet ihr ungefähr bei neutral landen. Ab jetzt könnt ihr diverse Dailies und Abgabe-Quests erledigen. Pro Rufstufe kommen weitere hinzu. Als kleinen Tipp am Rande, für die Quest-Reihe benötigt ihr unbedingt ein Flugmount. Solltet ihr noch keins haben, könnt ihr euch ganz einfach beim ehrlichen Max 1 mit der Fluggeschwindigkeit von 150 ausleihen. Dieses verschwindet allerdings, nachdem ihr eine gewisse Zeit ausgelockt wart und kann zudem nur in bestimmten Gebieten genutzt werden. Auf Stufe 80 angekommen, empfehlen wir euch trotzdem weiter zu questen. Ihr bekommt deutlich mehr Gold für das Erledigen von Quests, welches ihr für einige Dinge benötigen werdet. Sei es das epische Fliegen, der Kaltwetterflug in Nordend, die epischen Ringe aus Dalaran, die ebenfalls als Ruhestein fungieren, Dualspec, das Mammut-Mount, mit dem ihr reparieren und weitere Spieler mitnehmen könnt und noch vieles mehr. Es gibt zudem bei manchen Quests, welche den Abschluss einer Quest-Reihe darstellen, jeweilige Embleme, für die ihr euch epische Ausrüstungen kaufen könnt. Das Ganze soll Spielern einen Anreiz geben, die Story-Quest-Reihen, die sich auf die Phasing-Phasen von Nordend-Zonen auswirken, auch wirklich bis zum Ende durchzuspielen. Außerdem gibt es natürlich noch den ein oder anderen guten blauen Gegenstand, welchen ihr für den Start in eurer ersten Raids gebrauchen könnt, sowie diverse Erfolge und Teilerfolge. Vom Ruf mal ganz zu schweigen. Questet deshalb am besten am Anfang bei der Fraktion, welche eure Kopfverzauberungen auf respektvoll verkaufen, beziehungsweise andere gute blaue Gegenstände haben. Maximiert eure Berufe. In Wrath of the Lich King sind die Berufsboni mancher Herstellungsberufe extrem mächtig. So bekommt ihr zum Beispiel als Juwelenschleifer bessere epische Edelsteine, welche nur ihr tragen könnt. Als Schmied zwei weitere Sockelplätze für Armschiene und Handschuhe, als Verzauberer, Verzauberung auf Ringe und noch vieles mehr. Schaut hier am besten mal in unser Berufsvideo rein. Hier gehen wir in nur 10 Minuten alle Hauptberufe und deren Vorteile durch. Ihr könnt außerdem starke epische Gegenstände herstellen, wobei die meisten davon erst beim Anliegen gebunden sind. Macht außerdem als Koch und Juwelenschleifer eure täglichen Berufsquest. Hierfür gibt es nämlich Marken, für welche ihr euch neue Rezepte bzw. Vorlagen erwerben könnt. Die Quests gibt es in Dalaran bei den jeweiligen Lehrern. Besucht Aravons Kammer. Sie befindet sich im Open-World-Pvp-Gebiet 1000 Winter. Hier gibt es zum Start von Wrath of the Lich King einen Boss. Je nach Phase kommen hier allerdings weitere hinzu. Bei diesem droppen nun Brust, Hände und Beine vom T7-Set bzw. bei den anderen Bossen natürlich die besseren Sets. Ebenfalls gibt es hier die Brust, Hände und Beine für das epische PvP-Set. Hierbei droppen allerdings keine Tokens, sondern direkt das jeweilige Item. Da es pro Klasse mehrere Ausrichtungen gibt, müsst ihr demnach extrem Glück haben, um genau das gewünschte Item zu bekommen. Viele der Pucks nehmen deshalb meistens immer nur einen Spieler pro Ausrichtung mit und gehen mit deutlich weniger als 25 Leuten in den Raid. Wenn ihr extrem viel Glück habt, dann droppen hier sogar noch die Zügel des großen schwarzen Kriegsmammuts. Definitiv ein extrem seltenes Mount, welches bis zu drei Personen gleichzeitig transportieren kann. Zum Schluss noch der wichtigste Punkt. Habt Spaß, genießt die Welt und lasst euch von niemandem sagen, was, wo und wie ihr was zu tun habt. Darum geht's nämlich in Wrath of the Lich King. Findet am besten eine Gilde, die zu euch passt und die dieselben Werte und Interessen verfolgt wie ihr. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß in WUTLK und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.